So, Marc, da sind wir wieder, in unserem Wohnzimmer. Lang ist es wieder her. Ja, lang ist es wieder her. Doch, wenn wir wiederherkommen. Ach, der Timer sieht auch schon wieder komisch aus. Ja, ich kann euch auch sagen, warum. Ah. Was ist denn da schon wieder los? Ja, dann mal, das haben wir gleich. Nein. Auch nicht. Ja, geil. 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 Wenn es mir einfach das hat zerschießt, ne? Ich... 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 Vorhin hier... Schmeiß den Rechner an. Rechner sagt, du machst dir erstmal Neustart, bevor ich aktiviere die Windows nicht richtig. Mit Updates, ich mache ein Update, ist alles zerschossen. Ich... Verstehe es nicht. Ja. Ich sehe keinen Overlay. Doch, ich sehe schon eins. Heißt doch immer, never play on a patching day. Ja, ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ich gucke hier mal selber rein. Doch, da ist ein Overlay. Guck. Läuft. Gut, aber wir sind ja hier bei Katastrophe.p, was haben wir denn anders erwartet, ne? So, der David ist schon... Ja? Wichtig ist, dass der Timer läuft. Ja, ja. Wichtig ist, dass der Timer läuft, ja. Ja, der läuft, wie ich sehe, der läuft wunderbar. Der ist drin. Und ja, der David ist sofort in die Mitte gegangen. Sofort sich die Kristalle zu sichern. Oh, er liegt aber auch im Tempo vor, ne? Ich glaube, das hat er schon geübt hier. Der ist auch seine Heimkarte, also... Das sehe ich, er hat auch extra so ein Erzsilo gebaut, dass er mal wieder bauen kann. Ja. Also hat er schon geschickt. Ja, Wiber fährt in denen mit einer 2-Raf-Strategie. Die eine Raff ist ein bisschen weit weg. Der hat ja vielleicht einen Bauch ein bisschen wegfahren müssen. Steht aber geldmäßig noch ganz gut da, finde ich. Ja. Hat der eine Kiste... Die sind die mit 10.000 gestartet, oder? Das ist gerade die Frage, weil ich finde, die haben ganz schön viel Geld. Eine Nummer, die gibt's nicht. Aus Protest. Die gibt's nicht. Die gibt's wirklich nicht. Ja, werden wir nachher sehen. Das Prüfer-Team wird's dann mal angucken. Eine Liga-Tabelle. Wir schauen mal. So. So, die Tabelle. Ihr wollt eine Tabelle sehen. Ihr kriegt eine Tabelle. Da ist die Tabelle. So, wie ihr schön sehen könnt, der Wiber ist auf... Auch vorletzten Platz. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ja, und der David ist hier oben bei. 38 Punkte, 19 Spiele. Er könnte mit Sieg auf den Aufsteigerplatz rutschen. Also schon... Ja, ja. Das läuft bei ihm. Läuft bei ihm Platz. Könnte. Aber Reaper könnte auch noch ein bisschen Punkte gut machen. Ja, ja. Reaper könnte auch noch. Da ist eine Kiste. Die Frage ist jetzt wirklich, haben Sie wirklich mit den richtigen Einstellungen startet? Haben Sie eine Kiste gefunden? Ich weiß es nicht. Ich hab am Anfang nicht drauf geachtet. Aber sind wir auch nicht wirklich für zuständig? Weil die Spieler müssen das ja eigentlich überprüfen und nicht wir. War Mark? Ja, wir sind nur für gelbe Karten. Start war mit 5K. Okay, dann ist schon mal alles richtig. Ja, da ist schon mal ein kleiner Trupp. Weiß gar nicht, was der da... Kleine Ansammlung an... Ja, 2-Herts-Kampanier. Weiß nicht. Vielleicht warten die auf irgendwas. Aber guck, da ist immer ein Rocket dabei. Naja, ja, ja. Reaper ist hier schon. Vielleicht nicht einmal Kunden. Rennt mit drei Leuten die gleiche Strecke. Effektiv ist das nicht... Also der zweite Bauhof beim David. Na, Reaper hat auch jetzt einen zweiten Bauhof. Er hält sich nett an die Regel. Der Marsi schreibt ab, hier ist Demo hoffentlich angemeldet. Ja, guck mal, hier ist auch schon wieder eine. Ja, irgendwie... Ich bin gespannt, auf was die hier demonstrieren wollen. Freiheit für die Kreuzer. Hm. Oder Reaper hat hier oben expandiert auch nochmal. Ist auch in die Mitte gegangen. Reaper hat immer noch durchgehend Geld, ne? Also der hat... Entweder hat er wenig gebaut, oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil David wird es sich halt anbieten, jetzt da noch einen Hafen zu bauen. Naja. Die Kreuzer hier ein bisschen absichern. Ja, theoretisch könnt ihr hier Kreuzer reinsetzen, um hier die Front so ein bisschen... Könnt ihr auch hier hinten machen. Das könnt ihr auch hier machen. Das hilft schon. Das trägt auch ein bisschen ab. Bei dem Ganzen hier. Und damit wird er sich einen gewissen Vorteil holen. Ich bin auch gerade der Meinung, dass der David ein bisschen weiter ist mit der Panzerproduktion, obwohl Reaper eigentlich Kohle hat. Und der Reaper spielt die Sowjets. Ja, er ist ein bisschen langsamer, aber es ist auch alles billiger. So lange brauchen die Panzer, glaube ich, auch nicht für den Sowjets. Ne, ne, 10 Sekunden. 10 Sekunden bei zwei Wachenfabriken, der Türke hat 8 Sekunden bei zwei Wachenfabriken. Dürfte jetzt nicht so groß der Unterschied sein. Ja. Reaper müsste halt noch eine Kaserne bauen, für Männle. Tesla-Shruber. Ja, oder halt mindestens Tesla-Shruber, weil... Oh, da kommt's so. Hab's vorhergesehen. Und du möchtest halt jetzt sehen, es ist taktisch platziert, weil der Sammler fährt von unten weiter hoch und geht in die Reichweite. Der geht voll in die Reichweite. Also, der hat ja ordentlich eins mitgekriegt. Und er war sogar kurz auf Gelb. Ja, richtig. Er war schon auf Gelb, wo der jetzt irgendwie auf Gelb geschossen wäre. Jedenfalls in kurzen Zeitraum jedenfalls von einem Panzer wäre das noch vertretbar. Die Tesla-Spule, die den Schaden gemacht hat. Würde das natürlich jetzt länger dauern, aber ein paar Minuten, die würden die Panzer, würden ihn jetzt beraten. Dann sieht's schon wieder ein bisschen anders aus. Aber der Sammler ist eine ekele Geschichte. Ja. Und weggesongt. Und der Panzer hat ihn gekillt. Ja. Ja, aber die Tesla-Spule hat 95% des Schadens gemacht. Nach kurzer... Nach kurzer Dings. Und... Hallo, Blade. Aber so schnell geht's mit dem Erzsammler. Äh, so schnell kann's gehen. Deswegen ist das ja auch echt eine gefährliche Position, äh... Den hier hochfahren zu lassen. Linke Nummer so. Ja! Was soll er machen? Er fährt nur zweimal nach kurzer, äh... Kurzem Abstand in die Tesla-Spule, die ihm 95% Schaden reinballert. Ja, da war der Sammler auch nicht mehr zu retten. Selbst wenn der Panzer nicht da gestanden hätte, Tesla-Spule hätte ihn danach richtig weggegrillt. Das ist schon... Aber er hat ja genug Sammler noch. Von daher trifft es jetzt nicht so viel. Ja, ja. Der Wipper hat ja auch schon einen Flieger gebaut. Die Frage ist, sieht er das? Sieht er, was hier abgeht? Oh! Was war da los? Oh, der Kreuzer schießt. Oh, der Kreuzer schießt. Na gut, er hat wahrscheinlich... Es ist... Es ist halt die Frage nachher, äh... Beim Prüfen hat das denn der... Der... Da wird schon gesehen, dass hier Einheiten steht, weil dann ist es halt immer sehr gefährlich, mit dem Kreuzer da zu bauen. Man muss... Müssen die Prüfer sich denn drum kümmern? Und das ist halt... Aber er könnte es sehen haben, durch den Erzsammler, wo er auch nicht... Ja, das können wir ja im Nachhinein ja nicht... Voll, da wo der Panzer geschossen hat, da wird ja das aufgedeckt. Ja... So! CD ist rum! Ihr könnt starten, Jungs! Gibt alles! Oh, der Kreuzer schießt immer noch... Auf seine Einde Dings! Und David sucht sich jetzt einen Weg! Oh, da kommen schon die Flieger und versuchen den Kreuzer schon wegzuholen! Und David hat kein Geld! Was ist da los? Er ist am Diamantenfeld und hat kein Geld. Was ist da echt los? Ja, das ist ein bisschen... Er hat jetzt zwei Sammler, die hier am Diamantenfeld sind. Und er hat hier unten drei Raphs. Er hat hier zwei Raphs. Er hat keine Kohle. Was ist da los? Das ist ja... Hallo, Schlag im Nacken! Ja, Wippa muss jetzt hier aufpassen, ne? Das ist halt hier... David kommt jetzt hier links hoch. Und möchte ihm... Holger ist weg! Ich möchte ihm da gleich wegholen. Es wird eng. Oben ist noch keine Tesla-Spule, ist gar nichts. Und er fährt so durch, ja. Ja, und Wippa muss aufpassen, wenn er die Einheiten von rechts jetzt da wegholt, dann hat er da keine Death mehr. Und da ist die Tesla-Spule. Wird nicht viel machen. Ja, oben rechts war eine Tanja, die hat hier gerade was weggeholt. Steht aber gerade. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng für Wippa. Er weiß gerade auch noch nicht so richtig, was er machen soll. Ich glaube, er versucht hier unten gerade den Kreuzer wegzuholen. Den kriegt er auch weg. Aber ja. Der Bauhof hat auch weggeballert mit dem Flieger. Ja. Aber es sieht echt nicht gut aus. Nein, nein. Ein klein bisschen Kreuzfall schadet nicht. Alles passiv. Ja, ja. Joll ruhig. So, und jetzt will er hier von oben rein. Wenn Wippa von... Auch von oben rein will, das sieht nicht gut aus. Also ich glaube, das schafft der Wippa nicht. Das wird echt schwierig. Und Verdi, vielen Dank für deine 5-Wars-Sub-Bombe. Vielen, vielen Dank. Und ein Halbtrain. Ich glaube, das war's. Also er hat keine Produktionsgebäude mehr, der Reef. Ja. Zug, Zug, so schnell geht's. Oh, Marc, ich höre einen Zug. Ich höre einen Zug. Oh, wir müssen los, Marc. Jetzt geht's los. Hier, Meile. Alle einsteigen, bitte. Der Kapper Express hört wieder los. Ja. Es sieht nicht gut aus, Wippa. Der hat hier nicht mehr viel Bauhof. Sind, glaube ich, beide weg. Waffenfabriken sind weg. Ah! Ja, der Kapper ist auch weg. Fania hat die bestigen Gebäude auch mitgenommen. Ja, oben rechts. Hier läuft sie auch noch. Dann nimmt sie noch eins weg. Ja. Ich frage mich auch... Ich bin Schwarzfahrer. Ich frage mich auch, was hat der Reeper gemacht. Weil... Er hatte Geld. Er hatte Geld ohne Ende. Die ganze Zeit, ja. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Bei David sah es halt ein bisschen kritischer aus. Er hatte bis zum CD-Ende immer zu tun gehabt mit seinem Money. Und ja, weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Die Panzer sind auch irgendwie verpufft. Ja. Chris & Mark Donnerstag. Nein, Alu. Wir sind jetzt die Battle Brothers, ja? Battle Brothers, are back. Ja, das hat der Noma so schön erstellt, nachdem wir noch einige Zeit gesessen haben. Ja, aber es nehmen wir. Ja, dann ist das halt ein bisschen rauskristallisiert. Der Alu spricht komisch. Ja, der spricht auch mit Gursch. Was schreibt er? Hallo, allemal. Hüüü, ist hetz? Was? Hallo, was trinkst du? Teile mit uns. Was hat er denn da geschrieben? Ich weiß es nicht, aber hier ist noch ein Bobby. Oh, kriegt er? Kriegt er? Ja, der will nicht. Der ist hartnäckig. Er schießt es rauf. Lauf, Bobby. Lauf. Versteck dich irgendwo. Oh, du hast ja nur ein Lebensbalken gehabt. Jetzt sind wir da durch. Jetzt rennt er wieder. Ja, Match abgeschlossen. Tanja. Match ist abgeschlossen. So, hol sie mal beide rein, Marc. Müsstest du das ja können. Gefechtsführung. Hallo? Hallo. Was war los? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, vielleicht hat man gesehen, dass ich anstatt mich ein bisschen so nach rechts versetzen sollte. Mein erster RAV hatte so ein bisschen einen längeren Weg. Ja, aber du hattest trotzdem Geld. Du hattest Geld ohne Ende. Und du hast nicht aus dem Puschen gekommen. David hatte so ein bisschen zu tun zwischendurch. Da war immer so... Ja, das war immer mal weg. Ja, das war immer mal weg. Genauso wie der Sammler, der da mal weg war. Tesla Spule da reingegreht hat. Ja. Ich war nicht pleite. Das Geld war einfach nur nicht da. Ja, ja, ja. Ja, ich kam nicht aus dem Puschen. Ja, das haben wir gesehen. Und dann hattest du dich schon hingestellt. Und dann, ja... Denn oben rechts, Tanja, hat dich, glaube ich, ein bisschen überrascht. Wir haben sie nur danach ein bisschen gesehen. Wenn sie gebeutelt weg waren. Ja, ich wollte... Ich habe die linke gesehen, aber die rechte habe ich total vergessen. Ich wollte da eigentlich auch eine Tesla einstellen. Ja. Ja, schade. Aber der junge Mann hat mir vor der CD-Zeit angegriffen. Hat er? Hat er. Naja, passiv Angriff durch den Kreuzer, ja. Ja, da muss das Prüferteam halt gucken, ob da halt Sicht war oder nicht. Aber das können wir jetzt nicht ausmachen, weil... Ja, schauen wir mal. Dann müssen die nachher machen, die Jungs. Ich darf nicht. Nee, du darfst nicht. Ja, aber trotzdem ein schönes, kleines, schnelles Spiel. Ja, aber ein schönes Spiel. Ein schönes Spiel von David. Auch von David. Kleines, schnelles Anfangsspiel hier. Nächstes Mal läuft es besser. Genau, nächstes Mal läuft es besser, wird der Cutter sagen, ne? Mhm. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Ja. Stopp, ich bleib gleich noch mit da. Wir haben jetzt noch das Team. Na, wir gehen erst mal hoch. Genau. Ja.